Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wie versprochen das Altcoin Update Video. Es ist jetzt schon wieder ein Monat her, wo ich das Video rausgehauen habe, beziehungsweise so den ersten Teil davon, was kaufe ich wo, wo sind mögliche Nachkauflevel und so. Seitdem ist einiges passiert, seitdem haben wir überall eigentlich einen Bounce gesehen. Also jeder der das Video gesehen hat, sollte mittlerweile auf jeden Fall ein Profit sein, wer sich an die Zonen gehalten hat. Deswegen jetzt heute ein neues Update Video. Ich habe die Woche wenig Zeit gehabt, um auf eure Altcoin Wünsche einzugehen. Deswegen habe ich mir jetzt alle hier nebendran schön mal aufgeschrieben für euch. Die, wo sich am meisten gewünscht wurden oder die, wo sich halt gewünscht wurden, darauf gehen wir heute auf jeden Fall mal ein. Wenn ihr mehr darauf Bock habt oder dass ich sowas sogar noch öfters mache, sogar alle zwei Wochen oder so, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Also mir macht es Bock. Ich finde es auch immer sehr interessant, weil dann doch mal ein paar Altcoins zur Sprache kommen, die man nicht so Standard im Blick hat. Aber ansonsten, bevor wir starten, lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Altcoin und kein Bitcoin Video und sonstiges mehr verpassen wollt. So, und ich würde sagen, wir starten mit Jörn Finance. War ich so der meiste Wunsch, beziehungsweise wurde sich schon die ganze Woche gewünscht. Deswegen sorry nochmal an die Person, wo ich es vergessen habe, beziehungsweise wo wir noch nicht dazugekommen sind. Deswegen heute ein bisschen ausführlicher. Wir fangen an, wir traden momentan bei ungefähr 6.700 US-Dollar. Wir hatten einen kurzen Peak am Ende Juni gehabt, wo wir dann sofort wieder abverkauft wurden. Also solche Peaks sind natürlich nicht nachhaltig. Wir haben uns die Liquidität im Endeffekt hier unten wieder geholt. Der Pump wurde 1 zu 1 wieder aufgefüllt. Gutes Zeichen und seitdem befinden wir uns in einer Konsolidierungs- beziehungsweise Seitwärtsphase. Was da noch interessant ist, ihr wisst, ich arbeite gerne mit Zonen, nicht mit geraden Widerstandslinien, was hier auffällig ist. Wir hatten hier drüben noch schönen Support, hatten dann diesen Wick da drüber, hatten aber auch kein 4-Stunden-Close über dieser Zone im Endeffekt. Sind dann abverkauft worden und seitdem konsolidieren wir uns jetzt genau wieder an dieser Widerstandszone. Was man daraus ablesen kann, ist möglicherweise auch ein Ascending Triangle. Sieht man hier ganz gut, ich zeichne euch das mal hier so ein. Schönes Ascending Triangle, wo jetzt dann langsam auch mal das Breakout dann kommen sollte. Preisziel von diesen Ascending Triangle ein bisschen pessimistischer gezogen. Ihr wisst, ich gehe nicht immer gern zu diesen Megatopfen und sage, wir gehen safe hier auf 10k. Lieber ein bisschen pessimistischer, ich habe es von hier gezogen und dann nach unten. Also nicht ganz vom Beginn, weil hier einfach keine wirkliche Trading Area war. Deswegen lieber ein bisschen pessimistischer angehen und dann freut man sich umso mehr, wenn es dann doch nach oben geht. Also Preisziel würde bei circa, was haben wir denn hier, 9.500 US-Dollar liegen, sollten wir hier einen Breakout kriegen. Wichtig, nicht unbedingt eine Bestätigung abwarten. Also vielleicht dann eher sollten wir nochmal einen Retest kriegen, hier in dem Bereich der 5.900 oder knapp 6.000 US-Dollar. Nochmal einen Retest von diesem Abtrend und dann hier vielleicht eine kleine Long-Position eröffnen und dann nach oben hin mitnehmen. Und dann sollten wir dieses Preisziel relativ zeitnah sogar sehen, außer die Märkte orientieren sich wirklich nochmal deutlich, deutlich nach unten. Dann wird dieses Preisziel wahrscheinlich sehr schwer zu erreichen sein. Aber ansonsten, grundsätzlich der Downtrend ist auf jeden Fall schon mal durchbrochen. Wichtig wäre es dann wirklich nachhaltig die 8.500 US-Dollar zu durchbrechen, um einfach ein Higher High zu kriegen und damit wirklich mal diesen Downtrend endgültig zu beenden. So, erster Step von der Strichliste. Ich hoffe, es ist ausreichend für euch. Jörn Finance abgehakt. So, dann schauen wir uns an Cardano. Cardano momentan oder die letzten Wochen sehr, sehr wenig aktiv. Also muss man schon dazu sagen, sehr, sehr wenig Bewegung hier, was bei Cardano angeht. Wir sind zwar in einem Abtrend, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons geben Support, aber dieser Abtrend zeigt momentan Schwäche. Das Volumen nimmt deutlich ab. RSI schon relativ hoch. Also ob dieser Abtrend hier wirklich noch lange instand hält, wage ich mal zu bezweifeln. Deswegen nehmen wir hierfür einfach mal ganz kurzes FIP-Level, gucken uns kurzfristig an, was die Preisziele wären. Der Bereich um 0,45 Dollar, das wäre so, sage ich mal, der Einstiegspunkt. Wir hätten dann diesen Pump gefüllt, der 200, der SMA liegt hier in der Nähe. Und ein ehemaliger Downtrend könnte hier nochmal als Support bestätigt werden. Das wäre jetzt das kurzfristige Preisziel. Gehen wir aber mal auf die höheren Timerams, auf den Daily Chart, ob wir hier noch irgendwas vorfinden, machen das FIP-Level wieder weg. Und dann sehen wir im Endeffekt, wir haben nicht viel Bewegung auch über die letzten Tage und im Endeffekt auch Wochen. Wir müssen nachhaltig, sage ich mal, diesen Bereich um 0,57 Dollar erreichen, um dann zumindest mal einen Pump in den Bereich der 0,70 Dollar zu kriegen. Aber momentan sieht es einfach eher weiter nach Seitwärtsphase aus. Für mich, Trade-mäßig keine Möglichkeit. Spot-mäßig haben wir unten diese grüne Kaufzone aus dem letzten Altcoin-Video. Auf jeden Fall getroffen, also die Spot-Orders sind aktiv. Ansonsten müssen wir jetzt wirklich mal schauen, dass wir hier wirklich die 0,57 nachhaltig mit einem Daily Close, also mindestens einen 4-Stunden-Close wirklich mal durchbrechen. Besser wäre ein Daily Close und dann einen stärkeren Abtrend nach oben hin starten. So, dritter Coin wäre VeChain. VeChain, ein Coin, wo momentan sehr, sehr wenig los ist. Also, was man so auf den Exchanges sieht, ist es auf Bybit und so wirklich, wirklich sehr, sehr wenig Volumen. Dafür gucken wir mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Man sieht auch die Bewegung. Wir haben einfach eine reine Seitwärtsphase. Wir haben keine wirklichen Preisziele momentan hier. Wir haben den Abtrend gebildet. Den können wir mal einzeichnen, der auch weiterhin noch aktiv ist oder, sag ich mal, als Support genutzt wird. Die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons werden genutzt. Aber nach oben hin haben wir wirklich wenig, sag ich mal, Impulse gesehen. Wichtig ist, dass wir diese Zone nachhaltig durchbrechen. Das ist der Bereich um 0,0280. Und da seht ihr eigentlich im Endeffekt nur Seitwärtsphase. Keine wirklichen Chart-Pattern. Wir haben mal darüber diskutiert, ob es hier vielleicht ein mögliches Adam-and-Eve-Pattern gibt. Aber dafür war dann hier schon wieder diese Kurve im Endeffekt viel, viel zu gering. Also eher dann nochmal so ein doppelter Boden. Aber gut, also langfristig, sag ich mal, sehe ich auf jeden Fall da Potenzial. Aber kurzfristig, auch hier der Abtrend zeigt deutlich Schwäche. Die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons geben zwar Support, aber das Volumen ist deutlich abnehmend. Also auch hier spricht momentan sehr, sehr wenig für ein nachhaltiges und impulsives Breakout. Hier sieht man noch das Preisziel, wo wir damals von hier gelegt haben, wo wir gesagt haben, Adam-and-Eve würde hier perfekt noch reinpassen, wurde dann wieder abverkauft. Deswegen können wir das eigentlich mal zunichte machen. Wichtig ist, dass wir irgendwann mal über die 00281, also ihr seht da schon, das ist minimale Preisunterschiede, die wir hier im Endeffekt sehen, sind nur 5-6%, wo wir dann mal wirklich nachhaltig rüber müssen. Die Bewegungen sind einfach extrem gering momentan. Deswegen V-Chain auch hier momentan kein wirkliches Trade-Setup. Langfristig, wie gesagt, die 282. Interessant, danach können wir locker pumpen in dem Bereich der 0030. Und dann, also um wirklich hier wieder richtiges Bullen-Case zu bekommen, muss hier dieser Bereich um 00348 auf jeden Fall durchbrochen werden. Danach haben wir viel, viel bullischere Preisziele. Vorher ist wenig einfach zu sagen. Also das ist, sage ich mal so, für die Bullen extrem wichtig, dieser Bereich. Kann man auch mal dazu schreiben für das vielleicht nächste Video. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Bullen, so. Bullen-Szenario, alles da drüber. Ansonsten gilt übergeordnet weiterhin eher Downtrend, Seitwärtsphase, solange wir hier nicht nachhaltig mal einen gescheiten Abtrend mit deutlich, deutlich mehr Volumen zusammenbringen. Mehr gibt es da momentan meines Erachtens zu V-Chain echt nicht zu sagen. Dann Polkadot. Aber ihr seht schon, die Strukturen sind überall teilweise wirklich anders. Polkadot zwar auch übergeordnete, deutliche Seitwärtsphase. Wir machen hier jetzt auch mal ganz kurz das FIP-Level weg. Den Abtrend haben wir auch hier intakt, zumindest noch einigermaßen intakt. Wir sind zwar schon mal kurz drunter. Aber was wichtig ist, und das möchte ich jetzt auch noch mal drauf eingehen, wenn wir hier schon das Beispiel haben. Ihr seht die lila Linie auf dem 4-Stunden-Chart. Ist der 200er SMA und der 200er SMA ist verdammt, verdammt wichtig, um in ein Bullen-Szenario überhaupt reinzukommen, beziehungsweise wirklich mal ein bisschen bullischer zu sein. Und den haben wir jetzt erst einmal durchbrochen. Impulsiv mit steigendem Volumen. Retest auch schön. Nur danach fehlt uns wieder dieses Volumen. Also das Volumen bei den Altcoins lässt meines Erachtens sehr, sehr nach. Wir haben den Downtrend auf jeden Fall durchbrochen. Sind in eine Seitwärtsphase übergegangen. Jede Downtrend-Linie wurde durchbrochen. Deswegen machen wir die jetzt auch mal weg. Wichtig aber trotzdem, diese Linie. Auch hier im Endeffekt das gleiche Szenario, was wir vorhin angesprochen haben. Wir haben hier oben eine 4-Stunden-Supply. Wir haben hier den WIG plus im Endeffekt unser Bullen-Szenario. Sobald wir hier wirklich durch diese, ich gehe jetzt mal durchs Top, durch die 8,86 durchkommen, können wir hier auch von deutlich, deutlich steigenden Kursen ausgehen. Also dann sehe ich hier eher so diesen Bereich hier oben, wäre dann die nächste Widerstandszone mit diesen Hochs. Da könnten wir dann wirklich mal einen kleinen Bullrun starten. Ansonsten sieht es eher wirklich nach Seitwärtsphase aus, beziehungsweise zumindest in dieser Range hier zwischen, ich sage jetzt mal 6,30 und 8,70. Diese Range muss irgendwann verlassen werden, um wirklich mal ein bullisches Szenario zu bekommen. Ist aber auch meines Erachtens weiter eine schöne Bodenbildung. Wir haben hier drüber gesprochen. Dieses Szenario perfekt, also perfekt in unsere grüne Kaufzone gekommen. Hat auch seitdem ordentlich Plus gemacht im Endeffekt. Seht ihr auch hier 33%, wer es hier mitgenommen hat oder vielleicht ein bisschen eher. Ich habe immer gesagt, macht es ein bisschen früher. Sind aber knapp 30% im Endeffekt im Plus. Nehmen aber bisher noch keine Profite. Also das sind alles diese langfristigen Dinger, die habe ich Spot gekauft, die halte ich auch. Mindestens ein Jahr auch wegen der Haltefrist. Nee, Spaß. Sollte man sich nicht immer danach richten. Aber das ist jetzt so ein Szenario, sage ich mal. Erstmal weiterhin Seitwärtsphase, gute Akkumulationsphase. Wir können weiterhin noch in den Bereich der 5 Dollar fallen. Ist alles nicht ausgeschlossen. Aber um bullisch zu sein, müssen wir die 8,84 brechen. Kurzfristig ist der Abtrend mit aber sinkendem Volumen, was eher dafür spricht, okay, wir kriegen jetzt früher oder später wirklich diese Korrektur rein. Zumindest nochmal auch hier FIP-Level einfach anlegen, um zu gucken, wo sind die nächsten möglichen Supportzonen. Und da spricht vieles hier für diesen Bereich um 6,70, 6,80, 6,90. Das sind so die Bereiche, wo auch viele Supportzonen wiederum reinkommen, wo ehemaliger Widerstand, sieht man hier ganz gut in diesem Bereich da drüben, wo ehemaliger Widerstand dann zu Support werden würde. Also auch hier spricht momentan eher was für kurzfristiger Downtrend. Also nochmal vielleicht hier die Hochs abgreifen, weil ihr seht hier drüben wieder deutlich steigendes Volumen in diesem Bereich, Hochs abgreifen und dann vielleicht die nächste Korrekturwelle bis in unser Golden Pocket. Das ist jetzt das kurzfristige Szenario. Langfristig müssen wir auf jeden Fall um die 8,86 Dollar drüber kommen, um Bullenszenario zu aktivieren. So. Dann, ein etwas kleinerer Coin ist A0. A0 war auch einer, was ich im ersten Video vorgestellt habe, wo ich gesagt habe, eher Low-Cap, wo wir dann, habe ich glaube ich damals schon investiert, oder ich habe klassisch was noch auf den Rücksetzer. Wir hatten dann jetzt eine schöne Bodenbildung, oder haben momentan diese schöne Bodenbildung. Ich bin auch hier unten dann eingestiegen. Sieht auch momentan ganz gut aus. Diesen Wig vergesst dann mal ganz schnell. Und zwar, das war einfach wegen dem Huobi-Listing. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das war einfach der Grund wegen dem Huobi-Listing, wo jetzt der Kurs gepumpt ist. Wir halten uns aber weiterhin in einem schönen Abtrend. Wir bilden höhere Tiefs, momentan höhere Hochs. Jetzt müssen wir halt, wie gesagt, noch ein höheres Hoch auf jeden Fall bilden, um den Trend zumindest mal intakt zu halten und dann nach oben hin auszubrechen. Meines Erachtens weiterhin ein starkes Projekt als, ich sage jetzt mal, Konkurrenz zu AVAX, also Avalanche. Und da wird auch weiterhin stark gearbeitet. Ich weiß nicht, ich glaube, NFTs oder was weiß ich. Da wird auf jeden Fall eine Menge dran gearbeitet. Wenn ihr da mehr Infos zu wollt, schaut einfach bei CryptoEule, also beim Stefan vorbei. Der macht da öfters Video zu A0 und ist da deutlich, deutlich mehr in der Materie als ich. Aber für mich solides Projekt, wo auch in einem Bärenmarkt gut dran gearbeitet wird, wo was passiert. Und das ist auch ein Zeichen, sage ich mal, wo auch dann wiederum starkes Projekt dahinter steht. Also nicht im Bärenmarkt ist plötzlich Totenstille. Niemand hört mehr was. Niemand arbeitet mehr daran. Und deswegen für mich einer meiner Coins, wo ich weiterhin sogar noch akkumulieren werde, wo ich auch schon überlege, noch mal ein bisschen was nachzusetzen, egal wie jetzt die Preise sind. Ich finde, dieser Bereich hier unten lässt sich gut zum Akkumulieren nutzen. All-Time-High ist bei 3 Dollar. Gut, wann wir das erreichen, ist fraglich. Aber auch hier gilt 200er SMA. Schön durchbrochen, schön impulsiv. Retest, vielleicht könnte man da den Retest noch mal in Anführungszeichen Long oder Spot nachkaufen. Müssen wir mal gucken, ob es soweit kommt. Aber wäre meines Erachtens eine gute Alternative. 200er SMA sollte da einen Retest kommen, hier noch mal wirklich ein bisschen nachzukaufen. So, dann schauen wir uns noch an LSS, also Lossless. Auch einer meiner Favorite Low-Cap-Coins. Wurde sich auch komischerweise echt oft gewünscht. Also seit ich das Video gemacht habe, wird sich öfters mal Lossless gewünscht. Sehr interessant auf jeden Fall. Also wenn ihr da noch mehr Bock habt auf noch mehr Low-Caps oder so, kann ich gerne auch dazu noch mal ein Video machen, weil ich mittlerweile mir doch noch mal 3, 4 Projekte rausgesucht habe. Manche sind Gamble-Dinger, wo ich einfach ein bisschen auf CoinMarketCap rumgespielt habe mit Kategorien. Aber gut, haben auch schon ein paar X gemacht. So ist es nicht. So, dann schauen wir mal bei Lossless. Auch hier Abtrend intakt. 200er SMA schön durchbrochen. Auch immer wieder jetzt schön als Support genutzt. Gutes Zeichen auf jeden Fall. Downtrend durchbrochen. Einerseits ja. Bin aber noch ein bisschen vorsichtig wegen diesem Wig hier einfach. Klar, da hatten wir einen enormen Wig nach oben, einen enormen Pump, wo ich auch schon die Profite wieder rausgezogen habe. Bestes Beispiel hier. Ich habe gesagt, bei 100% nehme ich meine Einlage raus. Ist hier passiert. Ich bin jetzt nur noch mit Gewinn im Endeffekt hier drin. Aber auch die sind weiterhin auf jeden Fall im Profit. So. Downtrend grundsätzlich durchbrochen. Wir haben dieses Hoch hier rausgenommen. Haben Höheres hochgebildet. Wir bilden höhere Tiefs. Das ist auch ein gutes Zeichen. Das heißt, es ist eigentlich ein stabiler Abtrend. Sieht man auch hier. Trotzdem muss man bei Low Caps einfach vorsichtig sein. Für mich ist es wichtig, dass wir irgendwann mal hier oben diesen Bereich dann irgendwann knacken, um dann wirklich mal in einem Bullen-Szenario wieder reinzukommen. Ihr seht es auch hier drüben. Wir hatten hier drüben sehr, sehr viel Support an dieser Stelle. Das heißt, diese Zone wird extrem interessant. Gut, machen wir die. Ziehen wir es mal da hin. Die Zone wird extrem interessant. Support wurde dann hier drüben mit dem Wig auch nochmal zu Widerstand. Deswegen für mich, um hier in ein Bullen-Szenario reinzukommen, müssen wir die 0,30 bis 0,33 auf jeden Fall nachhaltig durchbrechen mit einer Konsolidierungsphase, um dann bullisch zu werden. Für mich aber bei einem 10 Millionen oder 8 Millionen Low Cap Coin kann man hier meines Erachtens immer kaufen. Also klar, ihr müsst trotzdem das Risiko, das ist No Financial Advice by the way, immer das Risiko, dass so ein Low Cap auf Null gehen kann. Muss man einfach sagen. Trotzdem ist die Chance bei solchen Sachen deutlich, deutlich höher, sage ich mal, Gewinne zu machen. Klar, ist viel höher, aber trotzdem, das Risiko ist auf jeden Fall da. Deswegen gehe ich hier auch nicht mit diesen Positionsgrößen rein, wie ich jetzt zum Beispiel bei Polkadot oder sowas reingehe. Nur mal so am Rande, aber momentan, der Trend ist aktiv. Es sieht gut aus. Volumen ist auch mehr in den Markt gekommen. Ansonsten 200 SMA auf jeden Fall im Auge behalten, auch für mögliche neue Long-Positionen. So, dann E-Gold hatten wir auch sehr, sehr lange nicht mehr. Auch hier, sehr interessant, seht ihr schon, habe ich schon vorher eingezeichnet, weil bei CryptoGuru auch die Analyse dazu kommt. Und auch hier hatten wir, glaube ich, was hat man zuerst? Jörn Finance. Auch hier, Ascending Triangle sieht man hier ganz gut. Immer schön die Konsolidierung. Der Abtrend hält. Der 200 SMA wurde durchbrochen. Und auch hier das pessimistischere Preisziel, habe ich hier immer genommen, würde von ca. 83 bis ungefähr 87 US-Dollar gehen. Das ist unser pessimistisches Preisziel. Momentan zumindest müssen wir im Auge behalten. Auch hier deutet sich so langsam ein Breakout an. Auch hier, grüne Kaufzone, wurde damals getroffen. Also auch, wer hier mitgekauft hat, auf jeden Fall deutlich, deutlich im Profit momentan. Für mich aber trotzdem immer noch übergeordnete Akkumulationsphasen. Das heißt nicht, dass wir hier nochmal runter können. Ascending Triangle ist zwar grundsätzlich ein bullisches Chart-Pattern, brechen wir aber hier deutlich nach unten mit einem Daily Close, mit einer Bestätigung dann auch nochmal, werden wir wahrscheinlich nochmal zwischen dem Bereich von 36 bis ungefähr 41 US-Dollar zurückfallen. Bullisches Szenario auf jeden Fall in dem Bereich der 80 US-Dollar. Wer da noch nicht eingekauft ist, kann es sich vielleicht dann wirklich mal in diesen Regionen, wo wir uns momentan befinden, überlegen. Risk nach unten schauen wir uns mal an. Im pessimistischen Fall 38%. Gehen wir jetzt im bullischsten Fall, wären hier möglich zwischen, ich sage jetzt mal, 45 und 53% in der nächsten Zeit. So, dann Bitcoin Cash. Auch, was ich sehr, sehr oft gewünscht wurde. Ich muss das echt mal in den Videos auch mehr einpacken. Also ich muss da echt mal ein bisschen mehr rangucken. FIP-Level ist schon alt, das war noch aus dem letzten Video, glaube ich, irgendwann mal. So, auch hier momentan schöner, schöner Abtrend, der auch immer noch respektiert wurde. Volumen nimmt ab, RSI relativ weit hoch. Hier müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht ein höheres Hoch reinkriegen, mit einer Bearish Divergence, sondern die Trendwende kriegen. Dann sieht es nicht gut aus. Auch mal kurzer Blick auf den Daily Chart, ob wir hier irgendwas eventuell sehen. Wir haben hier auf jeden Fall mehrere Bullish Divergences im Daily Chart gehabt, beziehungsweise haben wir vorgefunden, man sieht es hier, immer Lower Lows, im RSI aber höhere Hochs. Der Trend ist damit getroffen, also die ist mittlerweile hinfällig, danach nicht mehr traden. Was jetzt aber auch hier interessant ist, schauen wir uns mal hier an, auf dem Daily, haben wir hier eine Daily Supply. Die wurde jetzt mindestens jetzt schon zweimal respektiert. Respektiert, brechen wir diese Daily Supply, haben wir auf jeden Fall Luft bis in diesen Bereich da oben bei ungefähr 149 bis 155 US-Dollar. Nochmal kurzer Blick in den kleineren Timeframe beim 4-Stunden-Chart. Sieht man auch ganz gut hier, schön hier oben die Supply. Dazwischen ist eigentlich nichts mehr bis auf dieser Monatspeavit bei ungefähr 136 US-Dollar. Sieht meines Erachtens wirklich gut aus hier momentan, aber kurzfristig gleiches Szenario, was wir vorhin bei Polkadot hatten. Hoch könnte noch abgeholt werden mit einem Fake-Out. Der Trend könnte gebrochen werden und dann Rücksetzer bis in den Bereich der 107. Wir tun das nochmal ganz kurz backtesten mit dem Fibonacci Retracement Level. Nur nach jetzigem Stand sollten wir ein höheres Hoch kriegen, natürlich ein bisschen anpassen. Würde es aber passen mit unserem Golden Pocket bei ungefähr 107 bis 109 US-Dollar plus dieser kleinen Supportzone, die wir hier auch noch vorfinden. Also ihr seht, die Konfluenz hier unten ist auf jeden Fall da. Ehemaliger Widerstand würde dann hier nochmal zu Support werden und der 200er SMA liegt auf dem 4-Stunden-Chart auch in dieser Region. Also ihr seht, die Konfluenz in diesen Bereichen ist extrem, extrem hoch für einen möglichen Bounce und dann neuen Schuss oder neuen Versuch in die Bereiche, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben. So, dann XRP bringen wir zwar öfters, wurde sich trotzdem gewünscht, ist ja kein Problem, schauen wir uns gerne an. Hier auch für mich weiterhin dieses Primärszenario, dass wir nochmal in das Golden Pocket fallen. 200er SMA befindet sich momentan in perfekter Konfluenz zu unserem Abtrend bei ungefähr 0,33,66. Passt ganz gut, Volumen abnehmend, RSI, Bearish Divergence, die noch meines Erachtens nicht wirklich richtig ausgespielt hat. Deswegen auch hier das Risiko noch, dass wir noch ein höheres hoch machen und dann erst dieses Szenario nach unten hin im Endeffekt funktioniert. Aber für mich spricht momentan eher danach, dass wir wirklich nochmal so eine kleine Korrektur überall sehen, bei BTC, bei den Altcoins oder so, dass wir jetzt nicht direkt hochballern, sondern wirklich nochmal diese kleine Korrektur möglicherweise kriegen. Vielleicht auch nochmal unter diesen kleinen Abtrend, aber trotzdem, wenn wir uns jetzt den Daily Chart angucken, seht ihr natürlich auch hier schon im Endeffekt, ziehen wir das jetzt mal wieder rüber, machen das Fibonacci Retracement Level weg, dann seht ihr auch hier ein Ascending Triangle mit unserer grünen Box, die überschritten werden muss für ein wahrliedes Breakout. Auch hier mal kurz das pessimistischere Preisziel, schauen wir uns mal an. Breakout Target würde dann bei ungefähr 0,44,25 liegen und in perfekter Konfluenz hier oben mit unserer nächsten Supply Zone. Also ihr seht, wir tasten uns hier von Zone zu Zone direkt weiter ran. Und dann wäre es schön, sag ich mal, in dieser Zone ein bisschen zu konsolidieren und dann ein Breakout nach oben hin, wirklich aber endgültig dann zu starten. Ein bisschen längerfristig jetzt gedacht, also soll das echt nicht zu bullisch klingen, könnten wir dann auch sagen, okay, wir hätten dann hier so eine Art Inverse Head and Shoulders. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt viel, viel Kritzelei. Das vergesst ihr mal ganz schön, dafür ist es zu früh. Das können wir uns in einem Monat beim nächsten Altcoin Update Video dann auf jeden Fall mal angucken. So, dann Matic, auch ein Coin, der zuletzt deutlich, deutlich gepumpt ist. Hier auf jeden Fall große Warnungen, nicht mehr blind reinloggen und auf jeden Fall nicht blind reinschorten jetzt. Wir hatten hier eine Disney Partnerschaft, die den Kurs ordentlich nochmal gepusht hatte. Wir sind aus unserem Ascending Triangle auch hier im Endeffekt gleiches Spiel wie bei XRP, bei Polkadot und sowas. Wir haben unser Ascending Triangle, hatten hier eine schöne Confluence mit unserem Abtrend auf dem Daily Chart, hatten dann unser Breakout und sind nach oben hin gepumpt. Preisziel wurde erreicht. Wir sind in unsere nächste Supply Zone hier oben gekommen, sind sogar noch weiter in dieser Daily Supply. Und da seht ihr jetzt auch der Grund, warum ich ungern Daily Supply Zonen einzeichne, weil der Bereich einfach viel, viel zu groß ist. Auf den kleineren Timeframes sehen wir dann auch hier, warum wir hier zurückgewiesen wurden. Wir haben hier eine 4-Stunden-Supply Zone und genau in dieser wurden wir dann auch rejected und das Preisziel wurde erreicht. Long In, ganz ehrlich, momentan nicht. Ich würde auch hier lieber momentan auf den Rücksetzer einfach warten. Wir können mal das Insgesamte seit dem Trendbeginn des Fibonacci Retracement Level einzeichnen und schauen einfach mal, was so Korrekturlevel möglich wären. Und was für eine Überraschung. Ihr seht 200 SMA, Golden Pocket plus eine Demandzone, die man hier unten auch noch gut sieht. Die können wir hier mal ganz kurz einzeichnen. Würden in diesem Bereich da unten bei ungefähr 0 Dollar, was haben wir denn hier, 52 bis, ich sage jetzt mal maximal 0,60 Dollar. Das wäre der Bereich, der absolut interessant wäre, um hier vielleicht nochmal Spotkäufer möglicherweise nachzukaufen oder zu tätigen und auch eine mögliche Long-Position reinzumachen. Schauen wir uns mal an, wenn wir hier einen Doppeltop zustande kriegen vom Preisziel mit Breakout Target. Und dann seht ihr, okay, 200er SMA, Abtrend ist intakt. Da hätten wir unseren Retest. Mögliches Fakeout natürlich, weil wir hier drüben noch einen Void haben, würde dann uns wirklich in das Golden Pocket bringen. Also ihr seht, wir gehen hier ein bisschen nach Wahrscheinlichkeiten. Golden Pocket, 200er SMA, Abtrend plus Doppeltop-Chart-Pattern auf jeden Fall drin. Und wenn wir danach gehen, sehen wir auch hier ein schönes Korrekturlevel, was auf jeden Fall eintreffen würde. Sollten wir sich die Märkte wirklich nochmal nach unten orientieren, was ich meines Erachtens immer noch glaube. So, dann Algo. Auch so ein Wunsch, der öfters kommt, wo ich auch viel zu selten glaube ich ins Video reinbringe. Momentan bei 0,33 Dollar am Traden. Schöner doppelter Boden hier, den wir aber auch nicht ganz ehrlich, den habe ich selber nicht gesehen. Und gleiches Spiel, 200er SMA. Ihr seht hier wieder ein lila, 200er SMA. Immer wieder Widerstand seit Monaten im Endeffekt. Seit Monaten sind wir hier nicht drüber gekommen. Dann das impulsive Breakout. Richtig schön, ein bisschen Konsolidierung mit einer Bullflag und dann Step by Step nach oben hin durchgeballert. Widerstände rausgenommen. Wir haben aber auch hier weiterhin ein Downtrend vorliegen. Dieses Hoch hier ist für mich nicht signifikant. Für mich zählt, sollten wir den Downtrend wirklich durchbrechen wollen, eher dann mal dieser Bereich hier oben. Das ist der Bereich, wo ich sagen würde, okay, da müssen wir auf jeden Fall durch, um den Downtrend zu brechen. Ansonsten sind wir übergeordnet, weiter in einer riesigen Seitwärtsphase oder in einer Korrekturphase oder Bärenphase. Je nachdem, wie man dazu sagt. Volumen auch deutlich abnimmt vom Preisziel. Wir haben aber ehemaligen Widerstand, was wir hier ganz gut sehen, jetzt zu Support geflippt. Volumenpeaks haben wir eigentlich sehr, sehr wenige. Aber trotzdem ein Doppeltop auch hier noch im Bereich des möglichen Seels. Aber auch hier nicht, warum wir hier jetzt essentiell noch nach oben pumpen sollten, zumindest in den R1. Wir haben natürlich hier drüben noch diesen riesen Wig, den könnten wir uns noch abfischen. Passt wiederum zum R1, aber ich sehe momentan nicht die Möglichkeit, dass wir hier wirklich die Kraft haben, uns diesen Bereich hier oben zu holen. Und wenn, dann ist es eher so ein Short-Setup, wo ich sagen würde, ich würde jetzt nicht hier in eine Long-Position reinrennen. Dann eher wirklich in diesem Bereich da oben dann eine kleine Short-Möglichkeit, wenn wir dann die Trendwende reinkriegen. Aber Long-Möglichkeit jetzt hier nicht. Für mich dann eher Nachkaufpunkte oder Long-Möglichkeiten wäre dann auch hier wieder der 200 der SMA. Okay, oder Nachkaufpunkte, hier unten die grüne Kaufzone haben wir drüber gesprochen, bei 0,28 bis 0,30. Oder wer es ein bisschen riskanter macht oder ein bisschen mehr in Anführungszeichen Verlust wahrnehmen kann, 0,31. So, dann ICP. Das war ein guter Call. Also, ganz ehrlich, ich war zu blöd, den mitzunehmen. Das habe ich auch schon öfters in Videos oder sowas gesagt. Wir hatten hier eigentlich ein perfektes Adam und dann ein schönes Eve-Pattern. Wer das getradet hat, immer noch herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, jemand hat es mitgenommen. Ich habe es damals im Video gesagt. Ich habe gesagt, behaltet es im Auge und habe es selber nicht getradet. Preisziel wurde perfekt erreicht. Seitdem halten wir uns auch relativ stabil hier in dieser Zone. Also, ehemaliger Widerstandszone wurde jetzt schon des Öfteren als Support wiederum bestätigt. Also, es sieht wirklich, wirklich gut aus. Der Abtrend ist intakt. Der RSI hat korrigiert. Volumen, ein bisschen Mangelware. Aber um hier wirklich impulsivere Moves zu sehen, müssen wir auf jeden Fall durch diese grünen Zonen durchkommen. Durch diese zwei kleinen Zonen, das sind so die letzten Widerstände bis ungefähr 8 Dollar. Brechen wir die 8 Dollar, kann es relativ zeitig in Richtung 9,40 bis knapp 10 US-Dollar gehen. Und dann wird es interessant, weil wenn wir die Zone brechen, dann haben wir auf jeden Fall ordentlich, ordentlich Luft bis in den Bereich der 14 Dollar. Also, hier ist ordentlich noch was möglich. ICP ist jetzt auch so ein Ding. Habe ich, glaube ich, damals im ersten Altcoin-Update-Video nicht reingebracht. Beziehungsweise habe ich gesagt, ich habe noch nicht gekauft. Ich habe auch immer noch nicht gekauft. Bin aber jetzt wirklich langsam am überlegen, ob ich es mir doch mal ins Spot-Portfolio einfach reinpacke. Den Boden werden wir niemals erreichen. Den Boden habe ich auch jetzt nicht getroffen. Müsste ich jetzt einfach mit klarkommen, dass ich diese, ich sage jetzt mal in jetzigen Zeiten, 50% Bewegung nicht mitgenommen habe. Muss man mit klarkommen. Vielleicht werde ich dann aber auch hier nur mit halber Positionsgröße, was ich normal, also ich müsste es immer so sagen. Ich habe immer bei diesen grünen Kaufzonen immer Betrag X. Und diesen Betrag X, vielleicht halbiere ich den jetzt und werde jetzt hier kaufen. Und sollten wir nochmal einen Rücksetzer in diese Region um, ich sage jetzt mal, 6 Dollar kriegen. Vielleicht lege ich da die anderen 50% nochmal nach. Aber ICP sieht wirklich gesund aus, nachhaltig müssen aber die knapp 8 Dollar auf jeden Fall durchbrochen werden. Und dann zum Schluss, 25 Minuten schon wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Video wirklich so lange wird. Aber gut, ich will ja auf alle eure Wünsche eingehen und ich hoffe, es passt. Zum Schluss, FTM, schauen wir uns auch nochmal an. Im Endeffekt hat es eigentlich ganz gut dieses Szenario gepasst, nachdem wir hier dann so rübergegangen sind. Gut, es war ein langfristiges Szenario. Wir machen mal ganz kurz das FIP-Level hier raus, weil das ist nicht mehr intakt. Ordentliche Pumps zuletzt, wir haben die Widerstandszonen rausgenommen. Was wichtig war, seht ihr auch hier, wir hatten diesen essentiellen oder explosiven Move nach oben hin. Der wurde jetzt wieder aufgefüllt. Plus ehemaliger Widerstand, wurde jetzt zu Support. Ascending Triangle, Breakout, Retest und jetzt der nächste Up-Move nach oben. Aber mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Wollen wir nicht sehen, wir wollen einen Abtrend sehen mit viel Volumen. Und was mich hier auch noch ein bisschen suspekt macht, ihr seht dieses krasse Kaufvolumen, spricht für mich eher danach, okay, wir holen uns diesen dort noch bis maximal zum R1. Und dann legen wir nochmal eine Reise nach unten hin an, vielleicht bis in den 200er SMA. Wir retesten das nochmal ganz kurz mit dem FIP-Level. Und dann seht ihr auch hier, sollte diese Bewegung zustande kommen, mit noch ein paar 4-Stunden-Candles, 200er SMA, dreht sich dann langsam auch in das Golden Pocket. Also auch hier wieder perfekte Confluence in diesem Bereich, auch mit einer schönen 4-Stunden-Demand-Zone. Und danach gehen wir einfach. Wir haben hier eine Überschneidung mit dem Up-Trend. Wir haben eine 4-Stunden-Demand, wir haben das Golden Pocket, wir haben den 200er SMA. Wie viele Support-Zonen wollen wir noch im Endeffekt? Und darauf warten wir einfach auf solche Möglichkeiten. Und was man auch dazu noch sagen muss, wir haben noch keinen Up-Trend. Also keinen übergeordneten, wir sind weiterhin im Down-Trend. Dafür müssen wir die 0, 38, 6, 7 auf jeden Fall durchbrechen. Dann haben wir dieses hoch rausgenommen und können wirklich von einem höheren Hoch sprechen und von einem wirklichen Up-Trend. So, das war es von mir. Ich hoffe trotzdem, trotz der Länge wieder, dass euch das Video auf jeden Fall dann gefällt. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten, liked das Video, abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann morgen früh zu einem Update-Video wieder. Bis dahin, stay crypto. Viel Spaß beim Kaufen oder viel Spaß beim Praden. Stay crypto. Ciao, ciao.